Hallo, herzlich willkommen hier bei uns im Fernsehstudio von Hallo Schuster. Fernsehstudio ist übertrieben, aber das könnt ihr mir bestimmt nachsehen. Und hier habe ich für euch ein Adidas. Unschwer zu erkennen, drei Streifen, kennt ihr ja. Ich habe mir den Schuhen eben gerade nochmal genau angeschaut. Und da sind so ein paar Dinge bei, die man deutlich mal erwähnen kann. Also zum ersten Mal, diese Schnauze hier vorne ist ja nicht angeklebt, sondern die ist mitunter gegossen. Das hat folgendes auf sich, als ich so vor ungefähr 35 Jahren gerade so die ersten Schritte nach meiner Gesellenprüfung im Beruf machte, da gab es diese Sohlen, die waren noch vorne mit einer Gummisohle extra versehen. Das heißt, es waren keine untergespritzten Böden, das gab es noch nicht, sondern es gab nur vorgeklebte Böden. Und ich habe am Tag so da von zwei bis drei Böden geklebt, dass das hier vorne wieder rankam. Und dann musste man meistens noch mit der Nähmaschine einen ganz tollen Trick machen, dass man hier lang nähen konnte. Und dann hielt es, war aber eine Sauarbeit. Und heutzutage ist das alles vorgespritzt und das kommt nicht mehr vor. Das heißt also, ihr habt da niemals eine Reklamation. Und dann habe ich gesehen, das wusste ich noch gar nicht, Adidas nennt das Ganze hier Cloud Foam. Cloud, Wolke, Foam, Schaum, Wolkenschaum. Und wenn ihr den Schuh mal so bewegt, der ist auch wirklich wie eine Wolke. Deswegen bieten wir auch immer an, stellt euch aufs Laufband und guckt euch an, wie ihr damit lauft, damit wir sehen können, ob da durch den Schuh irgendwas passieren kann. Oder ob ihr eine Einlage braucht oder so. Das kriegt ihr bei uns immer oben drauf. Ihr braucht nur kommen und sagen, ich möchte das gerne mal. Oder wenn ihr angesprochen werdet darauf, dann müsst ihr einfach sagen, ich nehme das. Was ist noch? Wir haben hier so ein Zippel. Das ist ganz bequem. Habe ich gerade heute Morgen erst gemerkt. Das fehlt nämlich bei meinen Schuh, die ich anhabe. Der hat hinten nicht so ein Zippel, wo man mit dem Finger rein kann, um den Schuh anzuziehen. Hier vorne ein Zippel für die Lasche, auch zum Anziehen. So, und innen drinne eine weiche Sohle, auf der man schön laufen kann. Selbstverständlich kann man diese weiche Sohle hervorragend herausnehmen, um dafür eine von unseren hervorragenden Einlagen da hinein zu tun. Aber nur so nebenbei. So, was heißt dieser Schuh? Der heißt Racer und kostet 69,95. Findet ihr bei uns an der Sneakerwand und wenn euch gefällt, nehmt ihn mit.